Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, endlich herauskommenden Feature News zum neuen Football Manager 2019. Endlich sind die Features da und ich muss sagen, ich bin ein bisschen hyped, ein bisschen geflasht und es wird ein Auftakt einer Videoserie sein, wie es sie noch nie auf meinem Kanal gab. Und wie soll ich sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit einem globalen Video und dann gehe ich auf die Features, die, sag ich mal, auch schon sehr detailliert beschrieben wurden, nach und nach genauer in weiteren Videos ein. Wir starten jetzt erstmal mit dem allgemeinen Überblick, was gibt's Neues, was wurde heute am Donnerstag, den 27. September, veröffentlicht vom Football Manager 2019. Wir schauen mal rein und dafür gehe ich einmal kurz rüber nach Twitter. So, ja, da bin ich auch wieder. Twitter, dort wurde es kommuniziert. Es wurde teilweise schon über andere Twitter-Seiten geleakt, sag ich mal, was es so Neues gibt. Und wir sehen hier verschiedene Sachen, verschiedene kleine Videos dazu. Auf die gehe ich in den verschiedenen Videos näher drauf ein. Aber ich will jetzt eigentlich anders noch starten. Und zwar starten wir einfach mit dem allgemeinen, generellen Überblick. Hier sieht man einmal auf einen Blick, was gibt's für neue Features, also die ersten Features, die bekannt gegeben wurden, wohlgemerkt, im neuen Football Manager. Wir haben auf der einen Seite die komplette Neuüberarbeitung des Trainings. Ich werde euch gleich kurz schon mal Ausschnitte über die verschiedenen Features noch geben, aber im Detail gibt es in den weiteren Videos. Deswegen, stay tuned, es kommt noch deutlich mehr. Aber jetzt für den ersten Aufschlag, kurzer Überblick. Wir haben das Training, das wurde massiv überarbeitet. Davon haben wir die ganze Zeit schon spekuliert, dass das kommen wird. Und es kommt. Und es kommt. Richtig groß. Mikromanagement pur. Wenn man will, muss man aber nicht. Auf der anderen Seite, Tactical, die Taktik. Es ist unglaublich. Ich habe damit wirklich überhaupt nicht gerechnet. Es wird sich extrem viel beim Thema Taktik tun. Und zwar werdet ihr das gleich auf den Screenshots sehen. Es ist im Endeffekt, ja, wir denken einfach mal zurück an einen gewissen Trainer, namens Luis van Gaal von Bayern München. Der hat so eine schöne, ja, einen theoretischen Ansatz, was es für verschiedene Spielphasen im Fußball gibt, eines Fußballspiels. Auf der einen Seite, wenn wir, wenn das eigene Team den Ball hat, wenn der Gegner den Ball hat und dazwischen die Umschaltmomente, wenn wir den Ball verloren haben oder wenn wir den Ball gewonnen haben. Und für alle vier Situationen oder drei, wenn man den Umschaltmoment zusammennimmt, kann man jetzt für den Football Manager etwas einstellen. Ganz präzise. Und das sieht man in den Screenshots. Das ist extrem schön gelöst. Und, boah, ich bin so hyped für die Taktik. Dann, New Manager Induction heißt im Endeffekt, es ist viel benutzerfreundlicher. Im Endeffekt, es gibt viel mehr Tutorials, was man, In-Game Tutorials im Endeffekt. Gut, man wird noch immer YouTuber wie mich unter anderem nutzen sicherlich. Aber es ist auf jeden Fall einsteigerfreundlicher gemacht, dass man zum Beispiel bei den Taktiken, hat man eine Liste, sage ich mal, an Taktiken, aus denen man auswählen kann. Und die Spielerrollenposition, alles ist voreingestellt, dass man sagen kann, okay, ich will Tiki Taka spielen und zack, wähle ich das aus und innerhalb von einer Minute habe ich die Taktik durch. Ist das geil oder ist das geil? Also, damit kommen, sage ich mal, neue Spieler, die es vor allem, ich sage mal, bei euch im deutschen Markt, da werden, glaube ich, sehr viele neu einsteigen mit dem neuen Football Manager da. Und die werden sehr davon profitieren. Alter Hasen sicherlich auch. Man kann ja noch immer alles ganz präzise selber einstellen, aber so schon mal sehr, sehr geil. Und was man natürlich schon vorher wusste, die offizielle Bundesliga-Lizenz ist auch mit dabei. Erste, zweite Liga ist mit dabei. Spielergesichter, Logos, Trikots, alles mit dabei. Und was ich ja auch schon so ein bisschen herausgefunden hatte über die Gamescom, über ein Gamescom-Video, im Endeffekt ein neuer Look angepasst so ein bisschen hier. Die Farben werden wir gleich auf den Screed Shots sehen. Und ich will nicht viel weiter darüber jetzt reden auf diesem total langweiligen Bild, sondern wir gehen jetzt mal rein. Ich habe ein bisschen vorbereitet, ihr seht es. Wir haben auf der einen Seite die Verbesserungen bezüglich Training. Alle Links packe ich unten in die Videobeschreibung rein, dass ihr da genauer reinschauen könnt. Ihr seht hier schon ein bisschen generellen Überblick. Ich gehe da jetzt einfach mal was genauer rein. Es ist ein bisschen unscharf. Die Qualität der Bilder ist leider nicht optimal. Wir sind hier jetzt erstmal beim Training. Das Training hat sich, wie gesagt, riesig verbessert. Wir können im Endeffekt, hier sehen wir gerade einen Monat, sage ich mal, dargestellt, den Kalender. Wir sehen auf der einen Seite pro Tag hat man die Möglichkeit, drei Trainingseinheiten zu leiten. Erst Trainingseinheit, zweite und dann eine eventuell zusätzliche Trainingseinheit. Und dann halt, wo der Fokus drauf ist in den verschiedenen Einheiten. Das ist Mikro-Management. Ja, kann es sein, wenn man es macht. Und wir gehen einfach mal weiter. Ich will ein bisschen hier so zack, zack, zack. Ich gehe noch genauer drauf ein im Trainingsvideo, was auch noch kommen wird. Wann genau, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Ich versuche jetzt so viel wie möglich aufzunehmen. Und hier sehen wir, sage ich mal, von einer Woche im Detail die Trainingseinheiten, was man machen kann. Hier unten sieht man für die verschiedenen Trainingsgruppen, für die Torhüter, für die defensiven und für die offensiven Kräfte, wie, sage ich mal, intensiv das Training ist. Das Verletzungsrisiko, Konditionen, wie das darauf einwirkt. Dann ist das hier die Ermüdung. Das sind leider englische Screenshots. Und verschiedene andere Sachen, wie das, sage ich mal, miteinander zusammenspielt. Aber wie gesagt, gehe ich noch näher drauf ein. So, weiter. Dann gibt es Mentoring, also Mentoren. Man kann verschiedene Mentorengruppen zusammenstellen von maximal drei Leuten. Hier sieht man das ganz beispielhaft. Hier hat man drei Leute, jeweils immer so zwei ältere und ein jüngere, um die anzuleiten. Das gab es bisher auch über Spielergespräche, Mentor vorschlagen, dass sie zusammenarbeiten. Das ist jetzt noch deutlich ausgebaut worden, was ja auch normal ist. Normalerweise gibt es dann ältere Spieler, die die Jungen unter ihre Fittiche nehmen und dann, sage ich mal, anlernen, ins Profigeschäft rein. So, hier, das ist die Sache, die ich eben schon leicht angedeutet habe. Man kann halt die Spieler in drei verschiedene Gruppen einordnen, sage ich mal, einerseits die Töchter, die natürlich Torwarttraining haben werden, speziell. Dann die defensiven Leute und die offensiven Leute, die natürlich, wenn man bestimmte taktische Trainingseinheiten hat, gegeneinander wirken und entsprechend sich, sage ich mal, dort fortbilden. So, des Weiteren haben wir hier, können wir präziser einstellen, wie denn die Intensität des Trainings sein soll, je nachdem, wie die Kondition der Spieler ist. Und das finde ich einen riesen Vorteil. Weil man kann echt sagen, wenn die nicht mehr so fit sind, keine gute Konditionen haben, muss man jetzt nicht mal richtig Mikro-Management, so kleiner als, ah, du kriegst nicht so viel Intensität, diesmal du was mehr und musst immer hin und her schalten. Man kann das einfach sagen hier und das finde ich sehr, sehr gut. Des Weiteren haben wir zum Abschluss noch ein Overview, eine Zusammenfassung, wo man im Endeffekt sieht, die aktuelle Woche, die Intensität, wie die ist, die Happiness, also die Zufriedenheit bezüglich Training. Und ein, ja, wie die Performance der Spieler im Training ist, das geht wahrscheinlich, tippe ich mal, irgendwie, wie die Benotung von 0 bis 10. Und da werden halt die Positiven und die Negativen hervorgehoben. Und, ja, Medical Center, also, wie heißt es auf Deutsch hier, Krankenreport, etc. Wie geht es denn, wo ist ein höheres Verletzungsrisiko? Genau. So, das zum Thema Training. Des Weiteren, Taktik. Wir haben viele Screenshots zur Taktik. Ihr seht es vielleicht schon im Kleinen, es hat sich viel und massiv geändert. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Man hat nicht mehr dieses typische, ja, ich stelle mal eine Rollen ein, pipapo, habe meine Teamanweisung, gutes, so ungefähr. Sondern, hier ist jetzt erstmal eine Sache, die ich eben besprochen hatte. Man kann sich einfach zum Beispiel Tiki-Taka auswenden. Man kann am Anfang sagen, ich würde gerne einen bestimmten Taktik-Stil gehen, zum Beispiel das Gegenpressing oder Tiki-Taka. Wing-Player, also über die Flügel gehen. Man kann sich was aussuchen und dann werden die ganzen Sachen schon vorneweg eingestellt. Im zweiten Schritt kann man nämlich dann sagen, okay, du willst Fluid-Comper-Attack machen. Und der schlägt dir dann vor, im Endeffekt, welche Formationen sinnvoll dafür sind. Und dadurch kann man sich sehr schnell eine Taktik basteln. Und kann auch, sage ich mal, sehr schnell bei einer neuen Mannschaft sagen, okay, ich will jetzt das probieren oder das. Man kommt sehr, sehr schnell jetzt zu einer neuen Taktik und muss nicht, sage ich mal, vom weißen Papier neu anfangen. Riesenvorteil. Und das ist, glaube ich, gerade für den deutschen Markt, der sich in dieser Tiefe mit der Taktik noch nicht so befasst hat, wenn man den EA-Fußballmanager gespielt hat, ist das ein Riesenvorteil. Auch für mich, ich bin eher keep it simple stupid, also bin eher simpel gestrickt bei den Taktiken. Und das bringt einfach so viel Tiefe automatisch schon rein. Das ist unglaublich. So, und hier, eine der Sachen, die ich richtig geil finde. Da werden sich Taktik-Gurus auf aller Welt werden sagen, danke Sports Interactive, dass ihr das gemacht habt. Was ich vorhin schon erwähnt hatte, die verschiedenen Phasen des Ballbesitzes. Im Endeffekt, wir besitzen den Ball gerade. Es ist gerade der Umschaltmoment im Endeffekt. Was ist, wenn wir den Ball verloren haben? Was ist, wenn wir den Ball gewonnen haben? Und was ist auch mit dem Torwart? Wie soll der agieren? Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel soll man, wenn man den Ball verloren hat, soll man direkt gegenpressen, um schnell den Ball wieder zurückzubekommen? Oder soll man sich erstmal hinten formieren, damit man nicht so anfällig für den Konter ist, möglicherweise? Und halt auch, wenn man den Ball gerade nicht hat. So, des Weiteren, hier ist dann nochmal verschiedene Sachen, wie das dann ist, wenn man gerade den Ball hat, kann man hier einstellen. Im Endeffekt sind die Team-Anweisungen aufgesplittet worden auf diese verschiedenen drei Phasen, beziehungsweise vier Phasen. Und kann da ganz genau die Einstellung vornehmen. Dann haben wir hier zum Beispiel, wenn wir den Ball nicht haben, kann man ganz genau einstellen, sag ich mal, in welchem Bereich soll unser Team agieren. Wo ist die offensive Pressing-Linie, sag ich mal, wo sie stehen soll und wo ist die Defensive. Man kann also einerseits sagen, unsere Defensiv-Linie soll ganz weit hinten sein, wenn wir den Ball nicht haben. Und unsere Offensiven sollen auch ganz weit hinten. Man kann nun sehr, sehr leicht, sag ich mal, Elfmann hinten reinstellen und einfach nur einen ekelhaften Fußball spielen, wenn man gerade 1-0 gegen Bayern München führt und weiß ich nicht, ein total kleines Team ist und sagt, geil, wir müssen das verteidigen. Das geht jetzt viel einfacher. Es gibt außerdem verschiedene neue Rollen, Pressing-Former zum Beispiel. Das ist, wenn ich mich nicht irre, ein blöder LKW da raus, ein Pressing-Forward, genau, der presst auch nach vorne. Das ist ein Stürmer, der attackiert, der geht drauf und will sich den Ball holen. Des Weiterens haben wir den No-Nonsense-Fullback und den No-Nonsense-Central-Back. Ich finde diese zwei Rollen alleine von der Bezeichnung sehr geil. Im Endeffekt sind das für die Außenpositionen, für die zentrale Positionen, sind das Verteidiger, die sich wirklich stupide nur auf die Defensive einlassen. Die machen sonst gar nichts. Die wollen keinen Spielaufbau, die wollen nichts, die wollen einfach nur, dass der Ball weg ist vom Tor. Fertig. So, hier sieht man nochmal ein Bild der allgemeinen Taktik und was auch einem auffällt, wenn man es kennt so ein bisschen, er nimmt viel mehr Platz ein und nur noch rechts, gut, das kann man natürlich alles, sage ich mal, wahrscheinlich hier noch genauer einstellen mit den Views, also mit den Ansichten. Es ist nach rechts gewandert, die Auswahlliste der Spieler. Man hat jetzt wirklich den Fokus auf dieser linken Seite und nicht mehr auf der rechten, wo, sage ich mal, wirklich was kleiner war. Man sieht, Taktik ist wichtig. Ich freue mich richtig drauf. Und ich freue mich auf etliche aktualisierte Artikel von FM2er-Kette. So, eine weitere Sache, die wir haben. New Manager, Induction, im Endeffekt, In-Game Tutorials, da gehe ich einmal jetzt recht schnell drüber. Aber im Endeffekt heißt es hier zum Beispiel bei der Taktik, werden halt hier im oberen Bereich Erklärungen direkt gezeigt, wenn man, sage ich mal, das erste Mal da draufkommt. Und es werden geheighlighted die verschiedenen Bereiche, wozu halt Erklärungen kommen. Das hier bei der Taktik zum Beispiel. Hier was zum Training natürlich, dass man das selber einstellen kann oder halt dem Assistenten übergeben kann. Des Weiteren bezüglich Transfers. Das sind dann teilweise wirklich auch so Grundlagen, die, ja, erfahrene FM-Spieler kennen das. Vielleicht lernen sie doch noch einen kleinen Kniff, aber ist jetzt für den Anfang nicht so spannend. Für die neue deutsche Community, sage ich mal, nicht nur die neue deutsche Welt, neue deutsche Community, sehr, sehr interessant. Hier auch ein kleiner Blick bezüglich Medical Center. Ich komme nie drauf, wie es jetzt am Deutschen heißt, schrecklich. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, es geht darum, wie, ähm, Verletzungen, äh, Risiko, Pipapo, so. Oder auch hier die Team-Hierarchie, äh, wie die aussieht, da wird auch etwas genauer zu erklärt. So, des Weiteren, die offizielle Bundesliga-Lizenz. Und da will ich einmal ganz kurz reingehen. Da haben wir ein paar, ähm, Fotos, Bilder, Screenshots. Und ihr seht schon, es gibt die originalen Logos. Erste und Zweite Liga, das erkennt man daran, dass Jena zum Beispiel kein aktuell, kein richtiges Logo hat. Außerdem, die Trikots sind dabei. Und natürlich Bundesliga-Logo auch mit dabei. Jetzt schauen wir zum Beispiel hier mal, das sind ja nur verschiedene Screenshots aus der Bundesliga raus. Ganz spannend finde ich ja persönlich, was mir hier direkt aufgefallen ist. Es gibt zwei Spieler ohne Spielerbild. Einmal Ante Rebic. Hm. Und Timo fucking Werner. Einer, sag ich mal, der potenziell stärksten deutschen Stürmer, hat kein Spielerbild. What? Why? Ich meine, das wird alles noch behoben, das kommt doch rein. Aber ich finde es irgendwie witzig. Also, hm, okay, ist alles so. Und hier sehen wir auch zum Beispiel ein erstes Bild aus dem Profil. Man sieht auch direkt den neuen Style dieses Lila. Ich glaube, da muss man sich noch dran gewöhnen, vor allem in Kombination mit so einem Rot. Und hier haben wir zum Beispiel Leon Bailey, natürlich sehr passend. Bayer 04 Leverkusen als neuer Partner vom Football Manager. So, was haben wir hier noch? Benjamin Bauer im Endeffekt. Es sei mir verziehen, wenn ich das gerade falsch ausspreche. Ich bin noch ein bisschen halb. Ich bin so, ha. Ah, es ist schön, es ist toll. Und guckt mal, ein Libero. Ja, es gibt ihn noch. Der Libero stirbt nicht aus. Was haben wir noch? Leon Goretzka zum Beispiel haben wir auch noch hier. Könnt ihr gerne zwischendurch mal das Video anhalten. Könnt ihr, wenn es euch interessiert, die genauen, ähm, ja, Spielerattribute euch anschauen. So sieht das aus. Hat sich, glaube ich, jetzt auf meinen ersten Blick, ich habe da noch nicht genauer reingeguckt, äh, nicht viel verändert. So, des Weiteren. Der neue Style. Das sieht man eigentlich auf allen Screenshots, wenn man die alten FMs kennt, sieht man, es hat sich was geändert. Es dominiert ein Lila. Ich weiß nicht, warum genau Lila, aber es dominiert. Hier sieht man zum Beispiel Auswahl der Teams, welches man haben will für ein neues Karrieresave. Hier sieht man Übersicht über den eigenen Verein, das Profil. Das, ich sage mal, das Gelbe hier, das richtet sich, denke ich, immer an den Verein, den man gerade trainiert. Eben hatten wir ja auch Rot bei Bayern 04 Leverkusen. Gelb ja jetzt bei Watford. Und ansonsten halt das Lila. Und, ähm, hier sind halt verschiedene Screenshots nochmal. Ich werde die auch genauer noch durchgehen. Vielleicht finde ich ja irgendwo eine kleine Sache, was auch noch neu ist, was sie eigentlich gar nicht zeigen wollen. Wer weiß. Hier auch einmal die Homepage. Die, äh, ja, Startseite sozusagen. Mit verschiedenen Sachen, äh, Zusammenfassungen, die man sich ja auch je nach Skin selber zusammenstellen kann. Oder hier auch auswählen kann. Hier auch die Zufriedenheit des Teams. Auch ganz schön. Die sind alle super drauf. Das sieht irgendwie per Ingame-Editor alles auf. Aber wir, uns geht's super gemacht. Just saying. Hier auch nochmal Taktik-Screenshot. Nix Neues. Diesmal von Bayern 04 Leverkusen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen zum Training, wie das auch aussehen kann. Ähm, was ich interessant finde. Eben hatten wir eine 8,25 oder so. Wertung war super. Der hat eine 6,7. Ist auch noch positiv. Interessant. So, und was es auch gibt. Es gibt den Videoassistenten und die Torlinienkamera-Technik. Wunderschön. Und es gibt, und, und die wird auch nur dort eingesetzt, wo es sie auch wirklich gibt. Deutsche Erste Bundesliga gibt es zum Beispiel den Videoschiedsrichter. Da freuen sich wieder alle Leute. Die gibt es dann auch demnächst im Football-Manager. Geil. Zum Glück in der zweiten Liga nicht. Da hat man, vor allem nach dem Motto, ich will absteigen, ich will keinen Videoassistenten. Interessant wird zu sehen sein, ob es vielleicht im Spiel selber, äh, wenn, dass das sozusagen sich weiter verbreitet, dass irgendwann gesagt wird, okay, jetzt zum Beispiel ist ja die, äh, Champions League hat ja das jetzt, wird das ja jetzt auch neu einführen mit dem Videoassistenten, wenn ich mich jetzt nicht total irre, wenn die zweite Liga das vielleicht dann einführt, ob das dann mit dem Spiel drin ist, mal sehen. Ich würde es denen zutrauen. Und hier zum Beispiel Torlinetechnik, wie das genau aussieht, ähm, und zu guter Letzt sollen die Team-Talks, also, ähm, die Team-Besprechungen vor, während und nach dem Spiel einen deutlich höheren Einfluss haben auf, ähm, er ist ein bisschen klein hier, aber ist nicht so schlimm, also einen deutlich größeren Einfluss aufs Team haben. Und ich bin so fucking hyped. Oh, ich habe fünf Mitteilungen. Interessant. Wir sind hyped. Hier gibt es noch kleinere Videos im Endeffekt zum Training, wie das aussehen kann. Ähm, auf jeden Fall mal bei Twitter vorbeischauen. Auch gerne bei mir im Twitter, äh, vorbeischauen. Und, ja, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Das sind jetzt 20 Minuten geworden. Dabei habe ich nur einen Überblick über die verdammten Features von heute gegeben. Und es sind verdammt viele Sachen. Und ich bin sowas von fucking hyped. Und ich sage so oft fucking, das ist fucking awesome. Weil ich habe sowas von Bock auf den neuen FM. Wir müssen noch knapp drei Wochen warten, dann kommt die Beta raus. Und ich, ich freue mich so massiv da drauf. Es ist unglaublich. Ich freue mich jetzt schon darauf, gleich weitere Videos zu drehen. Ihr werdet was zum Training genauer sehen. Ihr werdet was zur Taktik genauer sehen. Und dann muss ich mal gucken, äh, die zwei Bereiche will ich auf jeden Fall abdecken. Ob ich dann noch, ähm, weitere Bereiche abdecke. Weil die könnte ich im Allgemeinen ein bisschen zusammenfassen. Genauer nochmal raufgucken, ob ich irgendwas finde. Aber Training und Taktik, darauf gehe ich genauer ein. In weiteren Videos. Die kommen so schnell wie möglich raus. Und, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Abonniert mich gerne. Es gibt immer weiter neue News. Ich bin im direkten Kontakt mit Sports Interactive, mit dem PR-Manager Tom Davidson. Riesen Lob an ihn. Er hat mir auch schon mal per Mail geantwortet. Hat mir auch zugestanden, dass ich ihn jederzeit zu den neuen Features fragen kann. Und das werde ich auch tun. Und in diesem Sinne bleibt mir wohlgesonnen, sage ich mal. Viele Grüße auch an die anderen YouTube-Kollegen, Streamer und so. Mal gucken, wer als erstes das, äh, ja, Video zu den neuen Features rausgebracht hat. Oder rausbringen wird. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ihr werdet noch ganz viel neuen FM-Content bei mir sehen. Vielleicht exklusiv. Aber auf jeden Fall als Sherlock Yeti, der genau mit der Lupe dran geht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugesehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Und ciao. 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 Ciao.